Musik Das Besondere ist, dass immer sehr viele Kinder erst vor dem Rathaus da sind, die ganzen Bombos aufsammeln, die wir rauswerfen mit Gemeinderäten zusammen hier dann und dann der Zug zur Stadthalle und an der Stadthalle steppt dann richtig der Bär. Musik Musik Das ist bei uns traditionell schon die ganzen zehn Jahre, jetzt wo wir hierher kommen, machen wir das als Ausklang für uns und für die Kinder noch einmal richtig was Schönes. Das ist einfach so unser Ding, noch einmal richtig hier Spaß zu machen für den letzten Tag an Faschen. Musik Das ist ein tolles Gefühl. Ich werde dann nachher, wenn alle Bombos verteilt sind, runtergehen mit dem Schlüssel und der Schlüssel ist dann innerhalb von einer Sekunde in Kinderhand hier dann und das ist quasi so der Höhepunkt. Was machen wir jetzt mit dem Schlüssel? Musik 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 Meine Mutter war ja auch ins Abenteuer, Abenteuerreise. Da dachte ich, gut, machen wir Kapitän und ich nehme die Kinder mit auf diese Abenteuerreise vom Rathaus über die Stadthalle, über die verschiedenen Stationen und Programmpunkte, die wir heute haben. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020